Im Mai werden Harry und Meghan zu Gesprächen über die Invictus Games nach Nigeria reisen. Harry und Meghan wurden vom nigerianischen Verteidigungsstabschef, dem ranghöchsten Militärbeamten, eingeladen. Ankündigung der Neuigkeiten am Allerdings haben Harry und Meghan wegen ihrer bevorstehenden Reisen nach Nigeria mit Gegenreaktionen zu kämpfen. Als Reaktion auf die Nachricht sagte Peters Morgan, es gibt nichts Offizielles daran. Sie sind keine arbeitenden Royals. Genau aus diesem Grund müssen die Titel entzogen werden. Als Antwort auf Piers Post stimmte ein Fehnimtser und sagte, sie verwenden wieder HAAH. Der Palast sollte eine Unterlassungsverfügung erlassen. Der einzige Lichtblick hier ist, dass die Zustimmung der Sussexes zu einer staatlich geförderten Reise unter Verwendung der britischen Titel zu raschen Maßnahmen des Parlaments zum Entzug ihrer Titel führen und möglicherweise sogar die Aufmerksamkeit der USA auf sich ziehen könnte. Der nigerianische Verteidigungsminister verlängerte die Einladung unter Verwendung der Titel, was für Privatpersonen britischer und amerikanischer Abstammung höchst unregelmäßig ist. Bleibt die Frage, wer übernimmt die Reisekosten? Außerdem kritisierte GB News Moderatorin Beth Dörner-Meggen dafür, dass sie Großbritannien wegen einer Reise nach Nigeria brüskiert hatte. Ingrid Suat, Redakteurin des Majesty Magazins, diskutierte die geplante Reise auf GB News und schlug vor, dass die Reise mit den neuen Netflix-Projekten in Zusammenhang stehen könnte und dass Megan die ganze Strecke ohne Kamerateam zurücklegen würde. Die Moderatorin von GB News, Beth Dörner, stimmte zu und sagte, dem Besuch werde vermutlich eine Netflix-Dokumentation beigefügt sein. Su erklärte, sie wird offenbar mit Harry nach Nigeria reisen. Sie wurden dorthin eingeladen, weil sie bei einem DNA-Test herausfand, dass sie zu 43% Nigerianin ist, also möchte sie ihre Wurzeln entdecken. Sie sagte, an der Reise würden sowohl Megan als auch Harry teilnehmen, im Gegensatz zu Prinz Harrys nächster Reise im Mai, wo er alleine reisen würde. Moderator Andrew Kiers wischte, glauben sie, dass es eine Chance gibt, dass sie dort bleibt? Beth stimmte dann zu und scherzte, sie ist einfach die ultimative Narzisse. Wenn man eine Figur schreiben müsste und was sie tun würde und genau wüsste, was sie tun würde, würden sie sich ihre eigene DNA ansehen, herausfinden, woher sie kommen, sie würden zurückgehen und sich ihre Geschichte ansehen. Ich meine, es geht immer um sie. Unterdessen hat der ehemalige Chef des königlichen Sicherheitsdienstes D. Davis hat die Heuchelei von Prinz Harry und Meghan Markle hinsichtlich ihrer Sicherheitsbedenken in Großbritannien aufgedeckt, insbesondere da sie einen Besuch in Nigeria planen. Davis, der früher die königliche Familie beschützte, findet es seltsam, dass Harry, obwohl er immer wieder die Gefahren einer Rückkehr nach Großbritannien betont, beabsichtigt, in eines der gefährlichsten Länder der Welt zu reisen. Herr Davis sagte, es ist seltsam, dass er hier den Risikofaktor verkörpert und bereit ist, in eines der gefährlichsten Länder der Welt zu reisen. Ich möchte wissen, warum dieser Besuch an einem sehr gefährlichen Ort begründet ist. Auf die Frage, wie sich ein Besuch in Nigeria auf Harrys Wunsch nach mehr Sicherheit im Vereinigten Königreich auswirken würde, sagte Herr Davis, ich bin mir sicher, wenn ein Risiko aus verschiedenen Quellen und Geheimdienstinformationen offensichtlich wird, wird er es verstehen. Als er seinen Vater hier besuchte, gab es eine enge Verbindung zwischen Demet und Harrys Sicherheitskräften. Mr. Davis identifizierte mehrere Risiken bei Harrys und Meghans Reisen nach Nigeria, darunter einen Terroranschlag, einen Entführungsversuch oder eine gezielte gezielte Attacke auf das Paar. Auch Transportpläne in dem afrikanischen Land sowie gesundheitliche Aspekte müssten von denjenigen berücksichtigt werden, die die Sicherheit der Reise planen.